Und da kann man sich teilweise ganz, ganz böse verschätzen, springt dann auf die vermeintliche Plattform und landet im Nichts. So, der Raum ist durch, ein Glück. Achso, ich dachte schon, hä? Aber es sind nur die Kleinen, die herumquengeln. Ja, aus der Bahn. Vielleicht sogar einen Schuss aus dem Shredder. Jetzt ist er Shredder. Ja, ja, der links. Das haben wir gemacht. Ach ja, da kommt ein Teufelchen wieder angejumpt. Das ist auch ein sehr merkwürdiges Design. Das wäre es mir, ehrlich gesagt, lieber als die Standards, die Hundertsten. Gerne ein bisschen experimentieren. Danke. So, jetzt überlegen. Charge, Start und dann direkt am besten mit dem Max-Six ins Gesicht. Oh, der... War nicht gut. Oh, oh. Schön, dass sie nur Granaten werfen kann auf die Entfernung. Ja, neun Headpoints. Was tun? Speichern. Ziemlich dumme Idee, aber was... Oh Gott. Sechste Points. Hm. Schon given full health oder sowas. Okay, hier geht's runter. Aber warum? Ich muss auf die andere Seite. Ja, genau. Das ist ein Satchel Charge. Das heißt, das ist gar nicht schon mal den ersten. Ja, natürlich hat er nicht getroffen. Guck dir. Oh, oh. Silverschuld, sag ich da nur. Wer es mir anlegt. Ja. Ja, jetzt sind es bei Berührung von so einem kleinen Spinnchen. Wir sind im Arsch. Vielleicht mal ein bisschen herrere Kaliber auf... Wie jetzt. Hä? Moment, wir sind von... Wo sind wir gekommen? Wir sind da, ist unten. Ich fürchte fast, ich muss mal auf die Platzarten campen, sonst sind wir... Na, ich... Habe ich gespeichert? Ja, nein? Egal. Wir versuchen es mal so. Und, ähm... Hoffen auf einen... Oh, oh. Lebensenergie-Spawner. Hm. Oh, das kann ja heiter werden. So, Munition. Und wir gehen wieder hoch. Da waren wir hier schon, offensichtlich. Hä? Wie kann das sein? Ne. Einfach ein leerer Raum, okay. Sonst sind wir wenigstens so nett und drücken einem noch 10 Health in die Hand. Jetzt irgendwie... Gar nicht? Okay. Irgendwie... Mögen die uns hier nicht. Hm. Und es geht weiter bergab. Och, Goldens. Ah, ja, ja, ja. Torpedo-Launcher. Mit Harpoonen hier am Rand. Okay. 26 Health. So, wir sind mal Vollgas. Ja, mit 40, 46 Health. Da sind wir schon mal über das Gröbste rüber. An der Water Door. Natürlich. Aber wir speichern jetzt trotzdem mal ganz das Safe-Scamme, das hier. Halt... Jetzt müsste der auch da rausgekommen sein. Aus seinem... kleinen Kabuff, genau. Ja, und irgendwie... Ja, ich... Meinte eigentlich hier jetzt die... Die, die, ähm... Dein Oxygen ist hoch. Habe ich das jetzt gar nicht mehr? Ja, so machen wir das nicht. So machen wir das. Ja. Da die Standardviecher. Sind die jetzt in einem anderen hängen geblieben? Mein Gott, wir sind fast schon wieder am Anfang. Arsch, kann das sein? Ihr Oxygen ist hoch. Ja, Oxygen ist auch hoch. Ja. Ist das gerade so ein Todeskampf, oder? Ja. Gut. Dann haben wir jetzt, ähm... 27 Health. Das geht doch gerade so schön aufwärts. Na, komm. Och. Wahrscheinlich wartet jetzt auch gleich einer am Schießen ins Gesicht. Nein. Wie untypisch. Äh, führt das jetzt wieder... Hier hin zurück? Ja. Die Frage... Manchmal... Wir sind... Ach, wieder falsch gelaufen. Okay. Das heißt, wir müssen hier runterspringen und da hinten dann in den anderen Raum. Äh, auf die andere Seite, genau. Was seid ihr mit euch? Ach, herrlich. Unnissliche Kommunikation hier. Kommen wir hier ran, oder? Wir sind einfach mal geduldig. Da hat noch einer. Wo war der noch? Na komm. Du musst nicht schüchtern. Also drei oder vier von den Dingern haben wir getroffen. Für so ein kleines Vieh brauchen wir drei oder vier Schuss. Finde ich schon ein bisschen... Naja. Ja. 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 Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal für den Part und bis zum nächsten Mal.